Herzlich willkommen zu unserem Tutorial zum Erfassungstool für Energieverbräuche von Kommunen in Baden-Württemberg. Die Energieverbräuche müssen laut § 18 vormals 7b des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg berichtet werden. Es gibt zwei Versionen des Erfassungstools. Die hier vorgestellte Version betrifft die Kommunen, die schon ein kommunales Energiemanagement, kurz CAM, betreiben und alle Anforderungen erfüllen. Wir gehen davon aus, dass Sie sich und Ihre Kommune bereits auf COMEMS registriert haben. Dort ist das Excel-Tool unter dieser Seite hinterlegt. Außerdem finden Sie hier eine schriftliche Anleitung für dieses Tool, weitere Erklärvideos, eine Kurzanleitung sowie unsere FAQs, in denen schon viele Fragen zum Tool beantwortet werden. Durch einen Klick auf Herunterladen laden Sie die Datei herunter und können dann offline damit arbeiten. Im Erfassungstool angekommen, können Sie sehen, dass die Datei aus vier Blättern besteht. Anleitung, Schritt 1 Angabe Kommune, Schritt 2 Summeneingabe und Abschlusscheck. Unter Anleitung werden die wichtigsten Informationen zur Anwendung zusammengefasst. Wichtig ist, dass Sie beim Einfügen von Daten aus anderen Excel-Tabellen oder Ähnlichem die Funktion Werte einfügen benutzen. Dies können Sie entweder über Start, Einfügen, Werte einfügen tun oder indem Sie in ein Feld rechts klicken und unter Einfügeoptionen Werte einfügen auswählen. So viel zu Blatt 1. Kommen wir nun zu Blatt 2. Schritt 1 Angabe Kommune. Hier sehen Sie, dass allgemeine Angaben zu Ihrer Kommune abgefragt werden. Die gelben Felder kennzeichnen, dass hier eine Eingabe von Ihnen erfolgen soll. In vielen Fällen erscheinen auch Zellkommentare, wenn Sie reinklicken. Diese geben Ihnen Hinweise, was bzw. wie genau Sie eintragen sollen. Im Feld Name der Kommune oder des Landkreises ist ein Dropdown-Menü hinterlegt. Hier wählen Sie aus der alphabetisch sortierten Liste Ihre Kommune oder Ihren Landkreis aus und die Angaben Landkreis und Gebietskörperschaft werden automatisch ergänzt. In anderen Feldern sind händische Eingaben nötig. Weiter unten finden Sie ein Feld zur Zeitangabe. Dieses spezielle Feld auf der ersten Seite müssen Sie nur ausfüllen, wenn Sie sich im ersten Jahr der Berichterstattung befinden. Ansonsten lassen Sie dieses bitte frei. Im weiteren Verlauf müssen Sie für jeden Schritt Zeitangaben machen. Also behalten Sie bitte die Uhr im Blick. Im rechten Bereich geben Sie bitte noch ein paar wichtige Zusatzinformationen zu Ihrer Kommune an, die uns bei der Auswertung helfen. Insbesondere brauchen wir Informationen dazu, welche Art von Witterungsbereinigung, Ihren eingetragenen witterungsbereinigten Wärmeverbrauchswerten zugrunde liegt und die verwendeten Heizgradtage oder Grattagszahl. Weiter geht es mit Schritt 2. Hier sollen nun die aufsummierten Verbräuche und Bezugsgrößen pro Kategorie des Klimaschutzgesetzes eingetragen werden. Im ersten Abschnitt für die Kategorien 1 bis 4, im zweiten für die Kategorien 5 bis 7. Jede Kategorie hat eine oder zwei spezifische Bezugsgrößen für die Kennwertbildung. Diese sollen auch jeweils als Summe in Spalte D eingetragen werden. Danach sollen dann jeweils die Summen der Wärme-, Witterungsbereinigt- sowie Stromverbräuche eingetragen werden. Bei den Stromverbräuchen gibt es in Spalte M die Möglichkeit, Angaben zur Eigenstromerzeugung durch erneuerbare Energieträger zu machen. Wenn dies eine oder mehrere Liegenschaften der Kategorie betrifft, wählen Sie hier Ja und geben hier nur die Strommenge an, die eigenerzeugt und auch selbst verbraucht wurde. Weiter unten finden Sie zudem noch Angaben zu den Summendaten, der Anzahl der erfassten Liegenschaften sowie zum prozentualen Anteil der Gebäude mit Eigenstromerzeugung. Die Zeiterfassung für diese Angaben finden Sie im ersten Abschnitt jeweils oberhalb der Kategorien und im zweiten dahinter. Diese Zeitangaben müssen nun von jedem ausgefüllt werden. Wenn Sie die Tabelle Block für Block ausfüllen, können Sie die benötigte Zeit immer direkt eintragen. Damit kommen wir nun zum letzten Blatt, Abschlusscheck. Im Abschlusscheck können Sie noch einmal überprüfen, ob Sie alle benötigten Angaben gemacht haben. Wenn die Zellen hinter den jeweiligen Fragen grün sind und darin wahr steht, ist das Ihre Bestätigung, dass Sie den einzelnen Teilaufgaben zur erfolgreichen Berichterstattung nachgekommen sind. Außerdem müssen Sie für einzelne Aspekte nochmal bestätigen, dass alles korrekt eingetragen wurde. Wenn oben alle Felder grün sind, können Sie die Datei wie folgt abspeichern. Das steht auch nochmal hier. Nachdem Sie nun Ihre Datei ordnungsgemäß abgespeichert haben, kehren Sie zurück zu COMEMS und begeben sich zum Upload-Bereich. Dieser befindet sich am unteren Ende dieser Seite. Hier können Sie Ihre Dokumente hochladen, zum einen das Erfassungstool, zum anderen den Energiebericht. Danach bestätigen Sie noch, dass alle Prüfangaben auf dem Blatt Abschlusscheck auf grün stehen und können nun beide Dateien hochladen. Falls bei Ihnen beim Ausfüllen noch Fragen offen geblieben sind, die in den FAQs nicht beantwortet werden, schreiben Sie uns gerne eine Mail an energiemanagement-at-kea-bw.de. Die KEA Baden-Württemberg wünscht gutes Gelingen.